Eigentor! 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 Peter der Große ist ein am 26. April 1955 in Marel geborener Fußballtrainer, dessen eigene Fähigkeiten am Ball eher auf dem Niveau unserer Moderatoren anzusiedeln war. Dennoch schnappte er sich durch die Finanzierung seiner Frau Antje die Trainerausbildung, die ihn über ein paar Umwege 1989 zum Cheftrainer seines Lieblingsvereins machte, Schalke 04. Trotz des großen Erfolgs war dennoch schon im November Schluss und die Große Deutschland-Tournee begann. Durch unzählige Trainerstationen erhielt der Diplom-Sportlehrer schnell den Ruf als Wandervogel und Feuerwehrmann. Bevor er 2001 beim VfL Bochum anheuerte und erst mal blieb. Mit Aussagen wie Selbst ich kann dieser Spielanalyse mit Sicherheit nichts mehr zufügen, obwohl ich ja normalerweise mehr aus dem Bereich der verbalen Erotik komme. Oder Und ich dann eben großkotzig von mir aus, so kann man interpretieren, sage, na gut, dann sind wir halt die Ersten, die die Bayern schlagen und plötzlich werden 35.000 oder vielleicht auch ein paar mehr noch verkauft. Dann kann ich nur sagen, Hut ab, der Spruch hat was gebracht, die Kassen sind voll. Und dem berühmten Siegestanz vor der Fernkurve erlangte er den Kultstatus, den er längst verdiente und war in Bochum zeitweise beliebter als Herbert Grönemeyer und die Kassierer zusammen. Am letzten Spieltag 2004 gelang der Einzug in den UEFA Cup und nach durchzechter Partynacht war plötzlich der Schnurri weg. Ein Fehler? Es folgte eine, sagen wir mal, Saison zum Vergessen und der Weg nach Hannover. Aber so richtig glücklich wurde er in dem langweiligen niedersächsischen Provinzstädtchen nie. Es folgte der MSV Duisburg, bevor der Hobbygolfer nach dreijähriger Pause im April 2013 die 40 zurück nach Bochum fuhr. Nach anderthalb Jahren war allerdings auch dort wieder Zapfenstreich. Seitdem tingelt der Harley-Fahrer durch die Talkshows dieses Landes immer auf der Suche nach einem neuen Trainerposten. Nun hat er es mal nach Hamburg geschafft. Endlich mal ein Typ mit Meinung. Wir freuen uns und sagen herzlich willkommen Peter Neurura! Du darfst jetzt direkt... Ich kann klatschen. Achso, Applaus. Dann können Sie Applausen. Ich wollte gerade sagen, kannst du damit was anfangen? Ist das einigermaßen... Ist natürlich ein bisschen humoristisch. Das ist ja mein großer Vorteil, dass ich fast mit allen Sachen was anfangen kann. Einige Dinge fand ich ganz gut. Das war eine schöne Vorlage. Fand ich ganz gut. Fand ich ganz gut, dass man da natürlich in solcher nicht vielleicht ganz ernst gemeinten Vorschau oder Anmoderation einer Person in die sogenannte oder auch Klischee-Kiste greift. Ist doch absolut okay. Kann ich mich nicht darüber ärgern. Es ist eben so. Einige Sachen waren okay, war auch noch richtig dargestellt. Keine Frage. War alles inhaltlich korrekt recherchiert? Fast alles korrekt. Was war nicht korrekt? Wichtige Stationen, ganz rausgelassen. Kleine Fehler dabei. Schalke 04 89 war nicht mein Lieblingsverein. Hat sich das geändert? Ganz genau das Gegenteil war der Fall. Aber ich bin... Aber das ist so die allgemeine Wahrnehmung. Das schalte immer dein Lieblingsverein. Im Leben soll alles wahrnehmen. Du lebst in Gelsenkirchen, muss man aber sagen. Meine Frau kommt aus Gelsenkirchenburg und ich lebe jetzt seit 1993 auch, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, irgendwo anders arbeite, in Gelsenkirchenburg. Ich habe allerdings mit Schalke 04 früher überhaupt nichts zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil. Meine Eltern haben ja damals, ich war in der Schule noch kurz vorm Abitur, ein Angebot von Schalke 04 erhalten als Jugendspieler von dem damaligen Präsidenten Oskar Siebert. Ich durfte nicht nach Schalke gehen, weil zu solch einem Verein habe ich nicht zu gehen. Haben die Eltern gesagt? Ja, ja, ganz genau. Ich hätte auch überhaupt kein Interesse gehabt, zum damaligen Zeitpunkt nach Schalke zu gehen. Weil Schalke 04 damals war verbunden mit irgendwelchen Skandalen, mit irgendwelchen Geschichten, die eigentlich nicht zu dem passen, was ich mir so vom Fußball vorgestellt habe. Ich war Fan eines ganz anderen Vereins, das hat aber der wenigste mitbekommen. Als ich dann Schalke 04 ... Jetzt musst du sagen welcher Verein. Mein Verein, von Kindesbein, Oberliga West war es damals, war es der 1. FC Köln. Ach echt? Ich war begründet damals, ich bin als Sechsjähriger in die damalige Oberliga West mit meinem Vater zu einem Spiel gefahren, Hamburg 07 gegen ... Ich erinnere mich. Ja klar, kann ich mir vorstellen, als Quark im Schaufenster. Ja klar, ja. Immer mit Hamburg gespielt hat. Hamburg 07. Hamburg 07. Und die Kölner spielten damals, das war revolutionär, das hat sich eigentlich nur Real Madrid getraut, im weißen Trikot. Und die spielten damals bei Hamburg 07 in dieser Oberliga West, Vorstufe der Bundesliga, die ja letztendlich erst zur Bundesliga geworden ist durch das Dazutun von dem damaligen Kölner Präsidenten Franz Krämer. Und ich war von dem Tag an begeisterter Fan vom 1. FC Köln. Und so lange, bis ich dann Trainer irgendwann mal vom 1. FC Köln wurde. Das hat alles verändert. Das hat einiges... Tja, liebe Fußballfreunde, kann ja mal passieren. Es gab leider einen technischen Defekt, aber es fehlen auch nur vier Minuten oder so. Ist nicht so schlimm. Peter hat ungefähr gesagt, ja, Rocket Beans ist ja ganz toll hier. Am liebsten schaue ich, wir müssen reden. Und auch Bundesliga ist eines meiner Lieblingsformate. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß bei Peter Neubauer. Da wäre ich jederzeit bereit. Und dann kam irgendwo der VfL Bochum in einer äußerst misslichen Situation kurze Zeit drauf. Wir waren in akutester Abstiegsgefahr und haben mich gefragt. Da habe ich sofort Ja gesagt. Von daher war die Aussage von mir ganz klar eingehalten. Ich habe trotz der Widrigkeiten, die ich gerade in der Endphase beim VfL Bochum erlebt habe, so viel Spaß wieder an der Sache gewonnen, dass ich jetzt sage, solange ich mich so fit fühle, wie im Augenblick ich mich fühlen darf, werde ich weitermachen. Solange die Spieler mich noch verstehen, ich die Spieler verstehe, und das Gefühl hatte ich durch jedes Feedback immer wieder bekommen, werde ich weitermachen, weil es mir eigentlich einfach unglaublichen Spaß macht. Du bist ja unheimlich lange schon auch im Trainergeschäft. Hast du da, wo du es gerade ansprichst, solange du die Spieler verstehst, haben die Spieler sich verändert? Ich habe jetzt gerade, tut mir leid, liebe Zuschauer, wenn ich immer aus Eintracht-Sphären zitiere, aber da kenne ich mich nun mal aus, Armin Fehr hat in einem Interview jetzt gesagt, weil bei der Eintracht kein Leader ist, und das wäre aber bei vielen Vereinen so, weil einfach die Spieler heutzutage nicht mehr so diese Lightwolf-Personalities, sage ich mal, haben wie früher. Meine Frage, hat sich deiner Meinung nach so das verändert? Die junge Generation an Spielern, sind die anders als noch vor 20 Jahren? Ist entwicklungsbedingt durch Gleichberechtigung, das meine ich allerdings positiv, diese Gleichberechtigung, vieles, vieles anders geworden, gerade in einer Sportart, die hier hierarchisch mehr oder weniger begleitet wird. Gleichberechtigung der Frau jetzt, oder was meinst du? Gleichberechtigung der Frau, oder wie? Frau. Nee, was meinst du mit Gleichberechtigung? Gleichberechtigung. Beispiel. Ich komme als Jugendlicher, als relativ ordentliches Talent in meinem Heimatverein dazu, dass ich als Jugendlicher bereits in der ersten Mannschaft, hieß es damals in der ersten Mannschaft, mit trainieren darf. Ich komme zu diesem Training, erstes Training, in die Kabine und sehe da einen freien Haken, und an diesem freien Haken hänge ich meine Sachen auf, ganz normal. Und gehe dann nachher raus zum Training, und nachdem ich dann wieder reingekommen bin, es war Winterszeit, damals noch auf Asche trainiert, die Klamotten haben ausgesehen, den ich meinen Körper hatte, zum Kotzen. Ich finde meine Sachen nicht. Unter die Dusche gehüpft, ganz normal, das macht man ja, zieht blank, geht unter die Dusche, wie üblich der Fußballer das macht, Schaum kommt vorher auf den Kopf, beziehungsweise Shampoo, damit man nichts abgeben muss und so weiter. Und ich komme nach der Dusche raus, meine Sachen weg. Wo waren meine Sachen? In der Nachbardusche, meine normalen Privatsachen in der Nachbardusche, und das Wasser lief auch von oben auf diese Sachen, also nicht anziehbar für mich. Darauf hielt natürlich Riesentheater, wie kann denn sowas sein? Und dann hat der älteste Spieler, damaliger Bundesligaspieler, für Borussia Dortmund, für den VfL Bochum, für Reinhold Wosab, ein absolutes Vorbild, gesagt zu mir, mein junger Freund, übrigens, das ist mein Haken, und da hängst du dich nicht nochmal dran. Das war so. Da habe ich gesagt, Entschuldigung bitte, dass wir die Mitspieler, die eigenen Mitspieler damals haben, duzen dürfen. Das war schon revolutionär. Das war vorher auch anders. Okay. Aber es ist so akzeptiert worden. Oder, Beispiele, ein 18-, 19-, 20-Jähriger bei einem Bundesliga-Verein oder bei einem Drittliga-Verein, egal wo, hätte sich niemals gewagt, auf die Massagebank zu legen. Sondern er hätte gewartet, bis alle Profis, älteren Profis, fertig sind, und dann vielleicht mal nachgefragt, beim Masseur, beim Therapeuten, du, übrigens, darfst du vielleicht auch mal ein bisschen bei mir mal eben gucken, ich habe da auch Probleme. Heute ist es selbstverständlich, da kommt der 18-Jährige eher als der 55-fache Nationalspieler. Warum auch nicht? Es haben sich aber Hierarchien verschoben. Und diese übliche Aussage, früher normal, als Trainer, ich war sehr, sehr jung und habe das Glück gehabt, durch Horst Rubisch in den Profibereich zu kommen, habe in der Mannschaft, die ich damals betreut habe, erst als Co-Trainer, danach als Cheftrainer, Spieler gefunden, die älter waren als ich. Und darüber hinaus, ehemalige Mitspieler von mir, gegen die ich selber, und mit denen ich selber noch gespielt habe, war ich plötzlich Trainer. Und habe dann festgestellt, du sagst ja einen üblichen Satz, fünf gegen zwei, das beliebte Spiel von allen Fußballern, wird vor jedem Training normal immer durchgezogen, wenn es in der Mannschaft stimmt. Die beiden Jungs gehen in die Mitte. Das wurde akzeptiert, klar, die beiden Jungs sind in der Mitte. Und irgendwann mal zehn, fünfzehn Jahre später, sage ich, wie üblich halt, bei welchem Verein das auch immer war. Übrigens, wir fangen an mit fünf gegen zwei, war der erste Trainingstag von mir. Ich habe mich vorgestellt der Mannschaft, meine Methode ist die und die und die. Wir spielen fünf gegen zwei. Und wie üblich, die beiden Jungs in die Mitte. Trainer, entschuldigen Sie bitte, warum die Jungs? Darauf wieder habe ich gesagt, man leckt mich am Arsch, weil ich es gesagt habe. Und außerdem, auch du wirst älter. Man kann sich auch gewisse Positionen reinspielen. Das ist eine Änderung im Fußball. Das sind aber Kleinigkeiten. Aber da sprichst du schon so einen Konfliktpunkt an. Das ist kein Konfliktpunkt. Das ist ja eine Lappalie. Aber wie ist das, wenn du... Das ist Lappalie, aber die Summation dieser Lappalien führen letztendlich zum Ganzen. Egal, welche Mannschaft ich nehme, weltweit, Mannschaften mit richtigen Führungspersönlichkeiten, das müssen nicht die besten Fußballer sein, aber mit richtigen Führungspersönlichkeiten besetzt. Am besten so hierarchisch durchgezogen, als Kette durch die ganze Mannschaft. Von Torhüter bis über das Abwehrzentrum, hin ins Mittelfeld, bis in den Sturm. Diese Mannschaften, die da vier Führungspersönlichkeiten haben, und zwar effektive, die werden erfolgreich sein. Und alle anderen, in denen alles so mitspielt, in dieser globalen, oftmals auch positiven Masse, die werden keinen Erfolg haben. Die können erfolgreich spielen eine gewisse Zeit lang. Die können teilweise auch nach oben kommen, aber die werden sie nicht oben halten. Dazu braucht man Hierarchie. Wie ist das für dich als Trainer? dieser Generationenbruch? Ja. Du bist jetzt ja auch ein Trainer, sag ich mal, der älteren Schule. Du hast gerade geschildert, wie du... Nein, ich bin ein älterer Trainer, aber nicht der älteren Schule. Darauf finde ich genau, wie... Man spricht heute immer so von Konzept-Trainer und jetzt in Hoffenheim kommt ein 28-Jähriger mit Nagelsmann ins Chefsamt. Also man hat das Gefühl, dass da auch ganz viel passiert ist, welchen Trainer man vertraut und nach welchem System die arbeiten. Wie geht dir das? Musstest du dich im Laufe deiner Karriere mehrfach neu erfinden? Hast du dich angepasst oder sagst du, du bist deinem Stil treu geblieben? Grundsätzlich dem Stil treu geblieben. Grundsätzlich. Grundsätzlich waren für mich Parameter Respekt. Respekt allen Leuten gegenüber, Mitarbeitern gegenüber, Respekt dem Teamgeist gegenüber, den man auch als Trainer haben muss mit seinen Mitarbeitern. Die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer zu sehen, ist immer wesentlich und vor allem sein Umfeld mit einzubeziehen. Das waren für mich Prämissen, die ich vom ersten Tag bis zum letzten Tag verfolgt habe. Konzept-Trainer. Wer ist Konzept-Trainer? Zum Konzept-Trainer wird man gemacht. Und ich habe grundsätzlich bei den letzten Gesprächen, die ich auch mit dem Verein wie VfL Bochum zum Beispiel geführt habe, auf die Frage hin, ob ich ein Konzept hätte, das ich dem Verein dann bitte mal vorstellen würde, gesagt, und da stehe ich auch zu, natürlich habe ich ein Konzept. Siegen. Ja, das ist kein Konzept. Das ist ein Resultat irgendwo raus. Aber die Art und Weise, wie ich was bestreite, aber die Art und Weise, wie ich was bestreiten möchte im Fußball, könnt ihr gar nicht bezahlen. Krass ausgedrückt. Wenn ich ein Spiel vorhabe, ein 4-3-3-System von mir aus oder ein ähnliches System und ich brauche dafür zwei Außenstürmer. Und ohne diese beiden Außenstürmer kann ich dieses System leider nicht spielen. Aber trotzdem als Trainer versuche dieses, weil es ja meins ist, Konzept durchzuziehen, mache ich einen großen Fehler. Sondern ich muss normalerweise, und das gibt der Verein vor, meine Fertigkeit, dahingehend einbringen, dass ich die Spieler, die ich zur Verfügung habe, in ein auf das Spielerkonzept zugehörige Fähigkeitsmodell übertrage. Dann bin ich ein richtig guter Trainer. Oder ein erfolgreicher Trainer. Denn ein guter Trainer und ein schlechter Trainer, wer will das differenziert denn darstellen? Aber das ist ein interessanter Punkt. Kaum möglich. Es gibt nur erfolgreich oder nicht erfolgreich. Gibt es da unterschiedliche Einstellungen der Trainer? Weil man sieht das ganz oft, wenn irgendwo ein neuer Trainer gesucht wird, auch im Vorfeld schon. Und dann werden ja auch neue Spieler gekauft. Dann ist immer die Frage, welchen Anteil an der Kaderzusammenstellung hat der Trainer? Welches Konzept gibt der Verein auch Mannschaftsübergreifend bis in die Jugendbereiche vor? Und inwiefern ist eben der Trainer derjenige, dem man die Wünsche erfüllt? Oder inwiefern muss der Trainer eben mit dem Konzept des Vereins arbeiten? Was ist denn deine Einstellung dazu? Das Optimale wäre natürlich, wenn der Verein in Anlehnung an das Gedankengut des jeweiligen Trainers ein gemeinschaftliches Konzept entwickelt. Ein Konzept aus den Möglichkeiten resultierend, was der jeweilige Verein hat. Das wäre optimal. Und wenn man dann noch gleichzeitig eine gemeinschaftliche Zielsetzung formuliert und das in Verbindung mit der Mannschaft, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es erfolgreich wird. Aber genau da liegt ja der Punkt, warum der ein oder andere Trainer, mich hat es öfter getroffen, den einen oder anderen, je nachdem wie lange du im Geschäft bist auch, wie lange er bleibt, wie lange die Haltbarkeit des Trainers vorherrschen ist und wann man eben geht. Gute oder schlechte Trainer? Beispiel nennen wir jetzt im Augenblick das aktuellste weltweit Mourinho. Einer der besten, weil erfolgreichsten Trainer der Welt. Glaubt ihr, dass Mourinho im Augenblick, der kurz vor der Beurlaubung bei Chelsea steht, ein schlechterer Trainer geworden ist oder anders arbeitet als vor zwei, drei Jahren, als er noch super erfolgreich war? Mit Sicherheit nicht. Das liegt an anderen Sachen. Da reden wir auch nicht unbedingt von Abnutzung. Denn Abnutzung als Trainer ist immer abhängig davon, wie groß die Fluktuation in der Mannschaft strukturiert ist oder auftritt. Wenn ich als Trainer natürlich immer nur die gleichen Dinge abwickel, immer nur mit denselben Spielern die gleichen Dinge abwickel, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass nach ein, zwei Jahren irgendwas abgenutzt ist. Aber bedingt dadurch, dass immer wieder neue Spieler kommen und bedingt dadurch, dass jeder Trainer, zumindest die, die ich kenne, die in der ersten und der zweiten Bundesliga tätig sind, alle anderen kenne ich nicht, kann ich hier also nichts zu sagen, haben aber eigene Ideen, die sie variabel auf die jeweilige Mannschaft, auf die neu zukommenden Spieler immer wieder, immer wieder versuchen zu projizieren. Und von daher ist da kein Abnutzungseffekt, ob ich zehn Jahre bei einem Verein bin oder ob ich nur ein Jahr da bin. Das hat nichts mit Abnutzung zu tun, sondern nur mit der Endqualität, die die Mannschaft mir liefern kann oder die ich der Mannschaft in Zusammenwägung geben kann. Ein Beispiel ist, Frage konkret, können wir mal die Allgemeinheit fragen. Glaubt ihr allen Ernstes, dass ein Guardiola ein besserer Trainer, bleiben wir mal so pauschal, ein besserer Trainer ist, als zum Beispiel, wenn wir einen Kollegen streichen, der im letzten Jahr, der Jahre zuvor immer mit Freiburg eine unglaubliche Leistung gemacht hat, indem er die Liga gehalten hat, im letzten Jahr allerdings abgestiegen ist und jetzt aber wieder oben steht. Also großartige Leistung auf den Verein bezogen. Ja gut, anders gefragt, würde ein Streich den gleichen Erfolg mit den Bayern haben? Ja, das ist die Frage, die man sich immer stellen muss. Hätte Guardiola den gleichen Erfolg mit Freiburg, wie er mit Bayern München hat? Ich sage deshalb nein, weil die Qualität, und das ist jetzt das Entscheidende, die Qualität eines Trainers ist immer in direkter Abhängigkeit zu sehen zu der Qualität der einzelnen Spieler und der Gesamtheit der Mannschaft. Immer. Das natürlich, aber zwei Sachen dafür. Ein Streich, da bin ich von überzeugt, mit Bayern München Meister. Wahrscheinlich werde ich auch mit Bayern München Meister. Ja. Kann sein. Ist alles hypothetisch. Ich bin auf Platz eins bei Kommune. Ja, ist alles hypothetisch. Kann sein. Ich habe ihn nicht eingedacht. Es kann sein. Aber, jetzt sehen wir die andere Frage. Wird Guardiola mit Freiburg Deutscher Meister? Das wahrscheinlich nicht. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich dachte, er ist der beste Trainer. Nein, der Spieler macht die Fehler. Aber die Frage, die ich dir stellen will dazu. Oh Tobi, jetzt kriegst du mir auch rein! Ich würde widersprechen. Ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht wird er ... Okay, vielleicht nicht Deutscher Meister. Aber ich glaube, Guardiola würde auch bei Freiburg viel rausholen. Aber du hast es doch gerade selber eigentlich gesagt. Ein Trainer misst sich daran, wie erfolgreich er ist. Und man muss ja sagen, dass Guardiola aus der Mannschaft ... Was willst du dann noch viel mehr rausholen, außer jetzt den Champions-League-Sieg? Ein Trainer misst sich selber nicht am Erfolg. Ein Trainer wird am Erfolg bemessen von anderen Leuten. Meistens von welchen, die nicht die große Ahnung von dem Geschäft haben. Ich glaube persönlich ... Das meine ich nicht, Tobi. Nein, 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 um Gottes Willen. Ich glaube persönlich, dass Guardiola natürlich Bayern München fast zum Optimum bringt. Zum Optimum gebracht hat, weil nur Erfolge zählen. Der letzte und der einzige Trainer Bayern München, und das war Jupp Heynckes, nicht Guardiola. Das stimmt. Das spricht aber jetzt allerdings nicht gegen Guardiola. Es spricht aber auch nicht für irgendwen, wenn man da Vergleiche ziehen will. Weil diese Vergleiche hinken immer. Aber Peter, kann man zumindest sagen, dass es manche Trainer gibt, die zu gewissen Vereinen besser passen? Genau. Also dass zum Beispiel ein Guardiola zu einem ... Ich will jetzt nicht sagen Schickimicki-Verein, aber zu so einem Verein wie Bayern eben besser passt, als so ein eher pädagogischer Trainer wie ... Pädagogisch. 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 Ja, ja. Heißt ja nicht Etienne Gugel. Heißt Pädagogisch. Nee, aber jemand wie der Streich, der dann in einem kleinen ruhigen beschaulichen Freiburg arbeiten kann. Ist ganz alt das Arbeiten. Ganz genau. Also dass es eben nicht nur die Ahnung von Taktik und so weiter ist, sondern eben auch ... Richtig. Ich wollte nämlich eine ähnliche Frage stellen. Das ist so ein bisschen wie, wenn draußen regnet, ziehst du einen Regenmantel an und wenn die Sonne scheint, dann brauchst du das nicht. Dass das eben auch von den Spielern so ist. Pep Guardiola hat ein Standing. Der war ein Weltklasse-Spieler. Er ist bei Barcelona zu einem Weltklasse-Trainer geworden. Und die Leute wissen, wenn ein Pep Guardiola kommt, den kann ich gar nicht infrage stellen. Der hat unter Beweis gestellt, dass er ein fantastischer Trainer ist. Da ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da. Wenn jetzt zum Beispiel ein Streich nach Barcelona geht, der überhaupt, der als Spieler nicht das vorzuweisen hat, was ein Guardiola zum Beispiel vorzuweisen hat, der aber auch als Trainer nicht diesen Ruf hat, dass die Spieler vielleicht auch viel eher bereit sind, die Autorität zu untergraben oder nicht zu befolgen, was er sagt. Also mit Autorität, die muss er sich erwerben. Und auch Guardiola musste sich bei Barca erstmal diese Autorität erwerben. Durch die Trainingsarbeit. Aber er hat im Verein ein Standing. Er hat beim Verein ein Standing gehabt, weil er da eben früher auch Spieler war und erfolgreicher und guter Spieler war, gar keine Frage. Von daher hat er ein wesentlich einfaches Entree als zum Beispiel, bleiben wir bei diesem hypothetischen Fall, als wenn einer so Streich kommen würde zu losgelöst von irgendwelchen Sprachliebproblemen. Und die hat der Pep ja auch bei Bayern München, die zählen ja nicht. Aber wenn Streich kommen würde zu Barca, hätte er diesen Vorsprung nicht, den Pep mit Sicherheit Streich gegenüber in Bezug auf Barca hätte oder hat. Aber innerhalb der kürzesten Zeit würde jeder merken, der Spieler, losgelöst vom Ganzen, dass Streich ein hervorragender Trainer ist. Und er hätte, davon bin ich überzeugt, genau den gleichen Erfolg wie jeder andere auch. Wenn er gewisse Grundprinzipien der Trainingslehre usw. beherrscht. Und da gehen wir mal von aus. Aber dennoch kommt es immer wieder zur Situation, dass es irgendwann nicht mehr reicht. Es reicht offenbar, dass es nicht passt. Und dann gibt es zum Beispiel hier in Hamburg zuletzt bei St. Pauli. Ewald Lien hat übernommen. St. Pauli letzte Saison arg in Schwierigkeiten. Der Abstieg drohte. Ewald Lien übernimmt. Auf einmal ist man in der, man hat nicht nur den Abstieg verhindert, man ist jetzt sogar auf Aufstiegskurs. Ja, ist vielleicht auch eine Momentaufnahme. Aber das Spielermaterial hat sich nicht groß verändert. Wie erklärst du dir dann solche großen Diskrepanzen mit dem ähnlichen Spielermaterial? Ganz einfach zu erklären. Die Spielerqualität selber im Einzelnen hat sie nicht verändert. Aber in der Gesamtheit hat Ewald Lien geschafft, innerhalb einer ganz, ganz kurzen Zeit, unter schweren Bedingungen, denn St. Pauli war eine ganz große Abschließgefahr, eine Gemeinschaft auf den Platz zu schicken, die ein gemeinsames Spiel auf einfache Art und Weise, so war die Ansage des Spiels, versucht hat umzusetzen. Sind erfolgreich gewesen. Und mit diesem Erfolg erwächst natürlich eine gewisse Art von Selbstbewusstsein und ein Standing, was ich A, selber habe, B, was aber auch der jeweilige Gegner in Bezug auf meine Mannschaft empfindet. Und er geht mich ganz anders an. St. Pauli wird im Augenblick anders bespielt, als zum Beispiel Anfang des letzten Jahres, als St. Pauli sehr, sehr wenig Erfolg hatte. Das wiederum hat aber auch ein paar ganz klare Begründungen, die ich allerdings, wie auch, von außen nur geben kann. Wenn eine Mannschaft wieder von kürzerer Zeit den Trainer wechselt, nochmal den Trainer wechselt, die sportliche Leitung wechselt und innerhalb des Vereines, in den für den Sport zuständigen Gremien, Wechsel vorhanden sind und jeder Einzelne möchte seine Ideen einbringen, ohne dass die Mannschaft sich aber irgendwo verändert, ist doch klar, dass die Mannschaft verunsichert ist und dass die Mannschaft als Gesamtheit nicht an ihr Leistungsoptimum geführt wird. Und da war Evalin genau der richtige Mann und da ist Evalin immer noch genau der richtige Mann, der imstande ist, jeden Einzelnen im Gesamtbild dieser Mannschaft so stark zu machen, dass jeder Einzelne imstande ist, diese Mannschaft dahin zu bringen, wie, da hoffe ich für St. Pauli, wie die meisten sich von St. Pauli erwünschen. Das hat Evalin überragend gut gemacht. Überhaupt keine Frage. Ich würde gerne mal ein bisschen allgemeinere Fragen stellen, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es interessiert mich tatsächlich, der beste Spieler, den du je trainiert hast. Das ist die blödsinnigste Frage. Nein, das ist überhaupt nicht blödsinnig. So denn? Doch, muss ich sagen, leider. Dann sag mal, warum es die blödsinnig ist. Also, ich habe zum Beispiel das große Glück gehabt, mit den besten Torhütern in Deutschland trainiert zu haben. Wobei ich das ja mehr oder weniger nur begleitet habe. Ganz früher war es anders. Da haben wir als Trainer in Verbindung mit dem Co-Trainer, Co-Trainer war ich selber auch mal, die Torhüter mittrainiert. Heute hat man glücklicherweise einen Torwarttrainer. Also begleite ich sie jetzt nur. Ich hatte Robert Enke in der Anfangsphase, ein Jens Lehmann ist bei mir auf Schalke Nummer 1 geworden, Bodo Ilkner, Weltmeister usw. Also überragende Torhüter. Glaubt ihr allen Ernstes und glaubst du allen Ernstes, dass zum Beispiel ein Bodo Ilkner, ein Jens Lehmann ein schlechterer ist als ganz extrem für jeden verständlich, als Messi? Also wenn ich mir vorstelle, dass Jens Lehmann auf der Position von Messi spielt, könnt ihr mir vorstellen, dass ich sagen würde, das hat vielleicht, wenn es hochkommt, Oberliganiveau. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Messi im Tor stehend nicht mal Oberliganiveau hat. Aber wer ist der bessere Fußballer? Ja, okay. Also wollte man diese Frage schon differenziert erstellen und sagen, auf welcher Position? Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Das hat nichts mit Leid zu tun. Was war der beste, okay, dann gehen wir die Position ein. Der beste Abwehrspieler? Ja, komm. Also Torhüter. Ist es Ralf Gunnarsch? Ralf Gunnarsch. Nein, kein Torhüter. Kein Torhüter. Torhüter. Bester Abwehrspieler, jetzt auch differenziert. Früher hatten wir andere Systeme. Es gab es früher, als ich angefangen habe, in der ersten und der zweiten. Jetzt sag nicht linker Innenverteidiger oder rechter Innenverteidiger. Da gab es ein Libro. Gibt es heute nicht mehr. Also müssen wir sagen, zur damaligen Zeit mit Libro, da gab es einen Nonplusultraspieler, den habe ich aber leider nicht gehabt, Franz Beckenbauer. Aber nach Franz Beckenbauer auf dieser Position sage ich provokativ, die meisten Leute werden lachen, die, die den Spieler kennen, werden mir recht geben. Mit Abstand der beste Spieler, den ich auf dieser Position je hatte und ich hatte Männer wie Matthias Herget, Vize-Weltmeister und so weiter, also großartige Fußballer, war Michael Kostner. Michael Kostner, aus der Bayern-Jugend kommend, hat bei offenbarer Kickers gespielt, habe ich mal zum 1. FC Saarbrücken geholt, der ist mit dem 1. FC Saarbrücken aufgestiegen in die 1. Bundesliga, spielte nachher dann beim HSV, spielte dann unter meiner Leitung auch beim 1. FC Köln. Das war auf der Position, auf der Position, mit Abstand der talentierteste Fußballer, den ich jemals gesehen habe. Und warum hat es nicht für die Weltklasse gereicht? Weil er leider vom Kopf her eine Einstellung hatte, die nicht unbedingt dazu angetan war, nur leistungsorientiert zu denken. Auch mal einen Schnaps trinken oder was? Wir reden gar nicht von Trinken und ähnlichen Dingen. Das haben wir alle mal gemacht und überhaupt kein Thema. Das ist das Thema nicht. Ich habe mal Fußballspiele, das in einer Mannschaft, in einer Bundesliga-Mannschaft, so zum Abschluss macht man das ganz gerne. Ich spiele heute mal Alkoholiker gegen Nicht-Alkoholiker. Daraufhin hat ein ehemaliger, leider schon verstorbener Spieler, einer der größten Genies überhaupt auf der 10er-Position. Wolfram Mutke hat mir gesagt, Trainer, das ist aber feige Sache. Wieso ist das feige? Ja, dann spielen wir 22 gegen 2. 24 Mann im Kader, das ist gut gerechnet. Wie 22 Mann, die keinen Alkohol trinken, glaube ich nicht. Ich meinte genau andersrum. Daraufhin habe ich gesagt, machen wir doch Raucher gegen Nicht-Raucher. Ich meinte, das geht gar nicht so raus, alle. Also so ist das. Die hätten vor allem auch keinen Trainer gehabt dann. Bitte? Die hätten keinen Trainer gehabt. Die hatten schon einen Trainer, doch. Nee, ich meine Raucher gegen Nicht-Raucher. Die hätten keinen Trainer gehabt. Die hätten alle auf einer Seite gestanden. Nein, darum geht es nicht. Diese Dinge, die gehören natürlich dazu. Und ernährungsbewusste Angelegenheiten sollte man nicht unter den Tisch kehren. Aber das sind Banalitäten. Daran hat es nicht gelegen. Bei Michael Koster war es so, dass er ein Gerechtigkeitsfanatiker war und Dinge durchgezogen hat. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Er hat gesagt, wenn das und das und das im Verein passiert, da stehe ich nicht mehr zu, dann mache ich für diesen Verein keinen Spiel mehr. Und das war eben so. Und wenn er zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, dann hat man ihm gesagt, pass mal auf, du musst das und das machen, das ist unser Ding. Hat er gesagt, nee, dann mache ich im Verein aber anders, hat mein Trainer mir anders gesagt, dann mache ich es aber so nicht. Er hat sich selbst im Weg gestanden. Ich stelle mir eine Frage nochmal anders. Wenn du jetzt, du, angenommen, echt fiktives Szenario, du gehst nochmal zum VfL Bochum. VfL Bochum sagt, wir haben hier, wir haben im Lotto gewonnen, wir haben genug Kohle. Du darfst jetzt einen Spieler aus der Bundesliga verpflichten für den VfL Bochum. Für jede Position. Für jede Position. Für jede Position darfst du einen Spieler. Aber also nicht und nicht einen Torhüter. Nee, nee, also nicht vier in der Abwehr, sondern ein Torhüter, ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldschirm. Ein Torhüter, ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldschirm. Aus der Bundesliga. Ja, aus der Bundesliga. Bundeskontakt, war ja gut. Hätte ich für den Sturm Lewandowski? Ja gut, vielleicht hätten wir Bayern ausklammern sollen. jetzt lassen wir mal. Aber wir spielen die wieder selber. Das geht ja auch nicht. Also, Lewandowski für den Sturm. Aktuelle Spieler. Ja, ja. Dann nehmen wir, nee, das ist ja nicht Real Madrid, dritte. Toni Kroos. Ja, nee, mal kommen. Lass mal gelten. Toni Kroos für das Mittelfeld. Okay. Und Boateng für den Abwehrbereich. Torhüter soll ja bleiben. Ja, ist Neuer. Ralf Guder schützt in der Ecke. Ja, super enttäuscht. Ralf Guder spielt im Augenblick leider nicht mehr. Wir sollen nur Spieler nehmen, die im Augenblick noch spielen. Ralf Guder ist im Zweitliga-Bereich derjenige gewesen, den ich fast bei jedem Verein, den ich in der Zweitliga hatte, immer sofort nehmen würde. Ich auch. Es sei denn, es kommt ganz klar der Punkt dazu, ich hätte den Zwang, nein, ich bin doch noch nicht fertig, Ralf. Ich bin doch noch nicht fertig. Es sei denn, ich hätte den Zwang, die Auflage des Vereins, wir dürfen keine Spieler vom gewissen Alter an. Nee, sowas gibt es nicht. Es geht nur um Qualität. Nein, aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendein Verein hätte, der die Probleme hätte, zum Beispiel Führungsspieler nicht vorhanden zu haben und in einer Extremsituation ist. Entweder muss ich aufsteigen und die gleiche Extreme, möglicherweise noch schlimmere Extreme ist ja die, ich steige möglicherweise ab. Dann würde ich Spieler, wie Ralf Guder sofort verpflichten. Auf denen ist es immer Verlass. So ist es. Bevor wir davon abkommen, wir treffen so schnell, ich fand das nicht cool. Wir haben jetzt die vier aktuell, einen Spieler und jetzt in einem Vier gegen Vier, Trainingsspiel, Vier gegen Vier, die vier Besten aus der Vergangenheit. Das finde ich nämlich auch immer Spaß. Doch, da ist das einfach. Nein, aber jetzt sowas wie Kostner, das fand ich super spannend, weil das sind Spieler, die hat man nicht auf dem Schirm. Okay, dass Beckenbauer eine Legende ist, darauf können wir uns einigen, aber einen Kostner hätte ich zum Beispiel nicht auf dem Radar gehabt. Also Leute, dieser Couleur hätte ich gern. Ja. Also auch ehemalige Spieler. Ja, wenn wir die Größe sind. Wir brauchen einen übergrößten Spieler aller Zeiten im Sturmzentrum zum Beispiel bei Lernd Müller. Den wird es nie wieder geben. Nie wieder geben. Dann einer dahinter würde ich immer Pelé nehmen, war leichter zu führen als Maradona. Die sind aber fußballerisch fast auf gleicher Ebene und haben auch ähnliche Positionen gespielt. Ja, und dann ist eben der vierte Mann wäre eben ein völlig ganz klar im Franz Beckenbauer. Krass. Was hat ein Gerd Müller zum Beispiel? Das sind so, was ich immer so spannend finde, ist, jede Generation hat ihre Helden. Und ich bin natürlich... Gerd Müller ist über alle Generationen hinweg der größte Stürmer aller Zeiten. Aber warum? Weil er eine Quote hat, wir haben ja vorhin über Erfolg gesprochen. Wenn ich in 62 Ländern spielen, 68 Tore mache, dann sagt das eine ganze Menge aus. Aber immer noch nicht zu seiner Fähigkeit, wenn ich mit den Fähigkeiten der Stürmer aus heutiger Zeit ihn vergleiche. Denn, Beispiel, heute spielen unsere Nationalmannschaft, das soll jetzt nicht despektierlich dargestellt werden, nicht gegen die UdSSR, sondern sie spielen gegen Aserbaidschan, gegen den und den und den, gegen mehrere Staaten, die mittlerweile kleine Staaten sind und nicht mehr die große UdSSR. Noch einfacher das Beispiel, ich spiele mit der Nationalmannschaft von daher auch hinter Gerd Müller, Klaus Fischer als sogenannter Mittelstürmer zu nennen, nicht mehr gegen Jugoslawien, sondern ich spiele gegen Kroatien, gegen Serbien, gegen Bosnien, Herzogowina und so weiter und so weiter. Also die Qualität damals auf der Weltspitze oder europäischen Spitzenebene war eine wesentlich größere und die Anzahl der Länderspiele wenig weniger. Und wenn ich dann sehe, dass ich in 62 Spielen 68 Tore erziele, unvorstellbar, diese Quote wird nie wieder erarbeiten. Aber Peter, muss man da nicht auch über die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, reden? Ich meine, wenn man jetzt sagen würde, damals, weiß ich nicht, es wird immer gesagt, es war nicht so dynamisch und so weiter. Es war anders. War es nicht vielleicht auch leichter, damals für einen Stürmer Tore zu schießen? Nein, um Gottes Willen. Es war wesentlich schwerer für einen Stürmer. Beispiel. Es wurde früher mit zwei Innenverteidigern, damals nannte man die Mandekker, gespielt. Der Gegner hat zum Beispiel in welchem Spiel auch immer einen offensiven Mann wie Müller oder Klaus Fischer. Wenn dazu ein weiterer Stürmer kommt, der kam mehr über die Außenposition, aber nehmen wir ihn von Mürs dazu. Dann kümmert sich einer der beiden Innenverteidiger um den einen und der andere um den zweiten Stürmer. Und zwar Mann-Deckung. Normalerweise ganz früh in der Mann-Deckung, nachher auch in der Raum-Deckung aber trotzdem da ist es gelebt. Darüber hinaus, war aber immer noch ein Libro oder ein Ausputzer dabei. Also dieser eine Kaltstürmer hat immer mindestens gegen zwei Mann gespielt. Also von daher nicht vergleichbar mit heute, sondern wenn man die Vergleiche tätigen würde, eigentlich wesentlich schwerer. Dass das Spiel insgesamt natürlich dynamischer geworden ist, überhaupt keine Frage. Aber die Antrittsfähigkeiten der Spieler früher, die athletischen Voraussetzungen früher, waren genauso gegeben bei diesen Ausnahmetalenten wie bei den Durchschnittsspielern, wie bei denen heutzutage auch. die Trainingsmethoden beieinander. Und wenn Weltklasse-Spieler wie Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overrath, nennen wir die 74er Mannschaften, unter gleichen Voraussetzungen hier im Augenblick, wie wir die jetzt haben, in der Bundesliga trainiert hätten und trainieren würden, wären sie genauso Weltklasse, wie sie damals Weltklasse waren. ein Johan Cruyff zum Beispiel, der mit einem Antritt versehen, den konnte man mit Pelé vergleichen, den kann man heute auch mit Ronaldo vergleichen oder mit ähnlichen Leuten, von der Schnelligkeit her. Die haben anders trainiert und das ganze System, das ganze Konzept, haben wir vorhin darüber gesprochen, war ein anderes. Aber diese Spieler mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit, wären heute genauso außergewöhnlich, wie sie damals waren. Sie wurden nur anders bezahlt. Nämlich schlecht. Ja. Weil man hat so ein bisschen das Gefühl und ich finde, vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb du so beliebt bist. Du bist ja einer... Ich bin nicht beliebt. Doch, nein, nein, nein. Hör mal auf. Ich bin auch beliebt. Ich bin jemand, der unglaublich fokussiert. Entweder bin ich, wie die Bildzeit immer jemand, der gesagt hat, Peter der Große, aber nur deshalb, um ganz schnell auf das Minimum runtergeführt zu werden. Entweder geliebt oder eben total abgelernt. Dazwischen gibt's nicht. Also Neurore, ich weiß ja nicht richtig einzuschätzen. Dazwischen nicht. Aber guck mal, das ist deine Wahrnehmung. Ich habe meine eigene Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung bist du einer der beliebtesten Fußballpersönlichkeiten. Da habe ich ja Glück gehabt. Weil ich glaube, du stehst für den ehrlichen Fußball, für den, sag ich mal, handgemachten Fußball, weil auch Eddie und ich, wir kommen aus einer Zeit, wo der Fußball noch nicht so kommerzialisiert war. Wir sind auch aufgewachsen dann in den 80ern, 90ern und wir haben auch den Vater von Leroy Sahne, wie er ja im Ruhrpott heißt, noch spielen sehen. Wie er sich selber nennen möchte. Wie er sich selber nennen möchte. Oder selber nennt. Noch spielen sehen und man sieht die Entwicklung, dass der Fußball immer weiterhin zu einer Marke geworden ist, kommerzialisiert worden ist, dass es immer mehr Leute gibt, die auch an der Marke Fußball arbeiten. Die FIFA, muss man sich nur mal angucken, das hat Vor- und Nachteile, aber dieses Handgemachte von früher, dass auch mal eine Aufstiegsmannschaft wie Kaiserslautern deutscher Meister werden konnte, dass man vor der Saison nicht wusste, wer auf Platz 1 ist, weil eben alles passieren konnte, dass in einem Jahrzehnt durchaus auch mal vier, fünf verschiedene Mannschaften Meister werden konnten und nicht so wie heute anderthalb. Und du bist eben auch, finde ich, noch Teil dieses Fußballs, dieses ehrlichen, hausgemachten Fußballs, wo es nicht nur um Bestechungsgelder geht und um irgendwelche WM-Vergaben nach Katar. Da würde ich gerne mal einhangen. Moment, war ja nur eine Lobhudelei. Ja, ja, war auch nett gemeint. Wunderbar. Das ist auch nett. Das war auch ehrlich. Ja, klar, okay. Aber dieser Commerz, der war früher genauso wie heute, nur anders. Aber im Prinzip von der Wertigkeit genommen das Gleiche. Der Stellenwert war ein anderer, vielleicht, aber die Wertigkeit war trotzdem gleich. Also ohne Commerz hätten wir damals den Fußball auch nicht auf diese Ebene gemacht, in der wir uns jetzt bewegen. Nur, von aus hat sich was geändert. Die Wahrnehmung von aus ist eine andere geworden. Und auf die Bestechungsgelder zu sprechen zu kommen, da müssen wir den Punkt hier ansprechen. Die WM 2006 beziehungsweise die Vergabe 2006. Wer sagt denn wo, dass bestochen wurde, effektiv bestochen wurde? Ich kenne da kein einziges Beispiel für. Wenn ich allerdings den Glauben, den Glauben daran habe, dass wir als Deutsche die WM einfach mal so nach Deutschland wiederbekommen, wie wir 1974 bekommen haben, der unterliegt natürlich einem gewissen Trugschluss, dass wir Länderspiele machen mussten und gemacht haben, zu Unzeiten, in der Sommerpause oder in der Winterpause, um denjenigen, bei dem wir da gespielt haben, davon zu überzeugen, dass er uns auch die Stimme bei der WM-Vergabe gibt. Für mich persönlich keine Bestechung, sondern es ist Gang und Gäbe in diesem Geschäft. Wenn ich zum Beispiel sage, möglicherweise, jetzt formuliere ich nur ein Ding im hypothetischen Rahmen, ich spreche mit Warner, dass er korrupt ist, brauchen wir nicht darüber zu reden, er ist ja selbst von der FIFA, das heißt schon eine ganze Menge, von der FIFA schon diskreditiert worden, berechtigterweise. Wenn ich ihm sage, du, uns fehlt vielleicht noch eine Stimme, um die WM nach Deutschland zu bekommen und wenn Trinidad Tobago es schaffen sollte, sich für unser Turnier in Deutschland zu qualifizieren, dann ist es doch wohl selbstverständlich, dass Dreifuß, Adidas, euch dabei hilft, eine Ausrüstung gibt. Ist das Bestechung? Ich sage nein. Naja. Es ist mit Sicherheit nicht so ehrenhaft, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ein zweckgebundener Gefallen riecht nach Bestechung. Es riecht danach, klar, aber es ist keine Bestechung. Formal, juristisch ist es keine Bestechung. Keine Bestechung. Wenn ich dir einen Rabatt anbiete dafür, dass du mir das eine Ding so und so anbieten kannst und der andere kriegt den Rabatt eben nicht, dann ist es ein geschäftliches Verhalten, was man nicht unbedingt gut finden muss. Das sage ich auch nicht. Nee, aber man könnte es ja dann zumindest erklären. Aha, und das ist der Punkt. Ganz genau. Das ist ja nicht passiert. In dem Moment, wo es halt, ach, so ein Pech. Es ist gerade die Halbzeit, wo es spannend wird. Wir müssen, es ist gerade, 45 Minuten sind rum, die erste Halbzeit ist rum. Wir müssen kurz abgehen in die Werbung. Dann können wir gerne noch weiter über das Thema reden. Ich habe dann auch noch eine Frage, ich würde gerne mit dir mal über die Schere, die du auch gerade angesprochen hast, Bundesliga sprechen und eben auch, dass es mittlerweile eine fast Wirtschaftstabelle geworden ist. Darüber reden wir gleich. Und ganz kurz noch, wir werden natürlich auch auf die Reddit-Fragen eingehen. Wir ignorieren das nicht. Ihr könnt noch jetzt fleißig im Reddit voten. Ihr wisst ja, was am meisten Abwurz hat. Das springt auch zuerst ins Auge, weil es oben steht. Also schaut mal rein, ob da noch vielleicht eine Frage vorhanden ist, die ihr auch stellen wolltet. Votet die ab. Machen wir nach der Werbung. Genau, Werbung und dann sind wir gleich zurück mit Peter Neubuch. mit Peter Neubuch. Vielen Dank.